Willkommen zu meinem Vortrag. Wir wissen, dass wir spätestens 2022 eigentlich den nächsten Standard fertig haben müssen. Letztes Jahr bereits sieben Milliarden Geräte hatten, die drahtlos verbunden waren und ich rede jetzt nur über die Geräte im im zellularen Umfeld und dass es aber 2022 500 Milliarden sein werden und das ist natürlich ein riesiger Sprung beim Durchsatz, aber unserer Meinung nach ist es noch viel, viel mehr. Das ist nicht nur eine Vergrößerung des Durchsatzes und das was mehr ist, das ist wirklich ein Wandel und auf den möchte ich heute im Vortrag ganz gezielt eingehen. 4G, 3G, 2G haben wir über Netzneutralität geredet. 5G funktioniert das nicht mehr. Wenn ich an eine Ampel ranfahre, Entschuldigung, Ampel haben wir dann nicht mehr, wenn ich mit 120 kmh an eine Kreuzung heranfahre und jemand daneben lädt sich ein Video herunter, dann ist mein Datenpaket, das dafür sorgt, dass hier niemand überfahren wird, wichtiger als das andere. fluido gekennene рав aber natürlich und die Untertitelung des ZDF, 2020